Ich bin ganz ehrlich, Alter, ich kann's nicht verstehen. Was denn? Ah, ich wär trotzdem Rapper. Ja? Sei ganz ehrlich, ich wär trotzdem Rapper jetzt, oder? Nein, Bruder. Scheiße! Ah! Was ist denn hier? Was ist denn hier, Alter? Zieh dir den Tüten vor. Ihr macht nur Scheiße auf YouTube. Hört auf zu versuchen, Rapper zu werden. Scheiße, Alter, Alter. Was ist das, Alter? Ja, ey, ey. Aber wir sind auch Gangster, wir sind auch Gangster. Ah, wir sind Gangster. Dann lass mal sehen, wie Gangster ihr seid. Was redest du für eine Scheiße? Was ist denn Gangster, Mann, Alter? Dann wollen wir mal sehen, wie Gangster ihr seid. Okay. Seht ihr den Kiosk da drüben? Ja, ich seh den, ja. Ihr lauft da rein, ihr klaut was und kommt zurück. Scheiß Benet. Was für Pfeifen. Glaubt ihr, dieser Bodyformer es schafft zu klauen? Wie, Mann! Benet, was laberst du für eine Scheiße, Mann? Das ist doch deine Schuld gewesen, Mann. Ohne Sinn. Ja, okay, aber geh jetzt du rein, geh klauen. Nein, geh du mal mit rein. Geh mal rein, Alter. Ich mach das nicht. Okay, scheiß drauf, Alter. Okay, Ben. Lenk den Kassier ab, okay? Okay. Ich klau eine Schokoriegel, okay? Lenk ihn ab einfach, Mann. Scheiß drauf. Ja, okay, 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 okay. Jo, das ist doch ein Kiosk hier, ne? Ja, genau. Guck mal, da links. Guck mal, da rechts. Guck mal, hier unten. Ja, ist schon reingefallen, was verkauft ihr noch? Sofa? Die Sofa? Nein, Sofa, das haben wir nicht. Nein, nein, nein. Okay, ich weiß nicht. Irgendwas, die Achselhaare brauche ich. Achselhaare? Vielleicht darfst du ihn vielleicht? Ja. Ja, ja. Ben, Ben, ähm, Ben. Ähm, mein, mein Auto. Was war das für eine Scheiße, Mann, Alter? Guck mal, hier, ich hab Schokolade geklautzt. Ich bin der Gangster, ich hab's doch gesagt, Alter. Willst du, dass das jetzt auch passiert? Nein, nein. Okay, dann gibt's jetzt die letzte Chance. Okay. Guck mal, den Typen da hinten im Auto. Siehst du den? Ja. Der schuld mir noch 100 Euro. Okay. Besorg die. Okay. Besorg mir mein Geld. Okay, mach, ich mach. Komm. Okay, Bruder, du musst den Gefallen tun, okay? Ich geb dir jetzt 100 Euro und du gibst dir 100 Euro zurück, okay? Warum, Dicke? Mach einfach, sonst krieg ich Schläge, Mann. Die sind beide Brüder, gleiche Hautfarbe, ein bisschen dunkler. Scheiß mal drauf. Okay? Gib mir das Geld, Mann, Alter. Gib mir die 100 Euro, Mann, Alter. Was denkst du mit der Mütze, Mann? Gib mir deine Mütze, Mann. Gib mir deine Mütze, Mann. Scheiße, Alter. Nenn mal locker, Alter. So, hier sind die 100 Euro. Ich bin ein Gangster, Mann. Ich wollte bloß noch nicht übertreiben, weißt du? Weil, warum soll ich dann direkt sagen, dass ich krass bin? Ich kann's eigentlich. Verstehst du? Mhm. So, sind wir jetzt? Haben wir's geschafft? Ist alles gut? Ja, wir haben's geschafft. Fast. Besorg mir nur noch ein Auto. Ich will ein schönes Auto. Ich mag Jeeps. Okay. Okay, okay, Alter. Okay, scheiß Papa. Soll ich jetzt ein scheiß Auto klauen? Ich kann nicht mal Auto fahren. Der kann sogar noch ein Jeep, Mann. Ich höre, meine Mama hat gesagt, dass du ein schlechter Umsatz bist. Was? Okay, scheiß drauf, Mann. Wir machen's jetzt einfach. Okay, da ist ein Auto, Alter. Scheiß, Alter. Aber wie soll ich das jetzt aufmachen, Mann? Scheiß mal drauf, Max. Geiles Auto und Jeep, hat er gesagt. Ja, wie soll das? Ich bleich da die Tür auf, Mann. Ich kann's doch versuchen. Scheiß, Alter. Scheiß, Alter. Geh mal da, Mann, Alter. Hast du einen Schüssel gefunden? Keine Ahnung, Mann. Ich bin jetzt grad hier drinnen, hier. Wo, wo, wo? Ah! Was denn? Ah! Oh, Scheiß, Alter! Ah! Was für Pfeifen. Jo, Leute. Danke fürs Zuschauen. Erstmal danke an Chatar, dass du am Start wachst, Mann. Die Formus ist da, Freunde. Ist da. Check den Namen. Und auf jeden Fall, Leute. Er hat einen Kinofilm, wo er mitspielt. Den Link in der Beschreibung. Geht euch den Film angucken. Ich hab den selber gesehen. Der ist übertrieben geil. Aber ich hab eine Frage, Leute. Chatar, Mann. Wo ist dein Gold eigentlich, Mann? Ah! Schwein ist Gold. Ist das schön? Ja! Schön! Ja! Ja!